Tag zusammen, Janni hier von KickBase. Wir schauen uns zusammen den 15. Spiel daran, denn das ist All Eyes on Championship, deine Spieltagsvorbereitung und deine Vorbereitung für den Championship-Modus. 11 Spieler, 250 Millionen, maximal 3 Spieler pro Team. Wenn du nicht drin sein solltest, schau in die Shownotes und spiel mit. Ab geht's! Wir starten mit einem kurzen Rückblick. Momentan bin ich auf Platz 590. Fünf Spieltage von 34 werden gezählt und wenn ihr es jetzt auf dem Handy gerade seht, auf YouTube, weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. 12. Spieltag, Platz 44, meine beste Saisonleistung bis jetzt. 13. Spieltag, 273. 14. Spieltag, 4637. Ich weiß nicht, ich gehe ein bisschen runter gerade. Lass mal den Turn schaffen heute. Den nehme ich mir auf jeden Fall vor. Den Turnaround. Ich greife dir 100 wieder an an diesem Spieltag. Das ist momentan die Top 8. Alexandros, krank, dass zwischen 1 und 2 so eine Gap ist. Zwei 2.000er Spieltage hingelegt, der Platz 1. Ich tippe fast. Der Kollege, der am Ende der Saison das fette Auto von uns vorgefahren bekommt, wird wahrscheinlich am Ende der Saison fünf Spieltage haben mit 2.000+. Von daher, ich muss wirklich mal, also ich scrolle gerade mal runter. Was sage ich? 590. YouTube-Zeit wasted auf jeden Fall gerade. Aber geil, dass ich inzwischen schon in Scroll-Distance bin. Wo sind wir? 590. Hier, alle, die um mich herum sind. Michelle, Boone, Maximilian Karlinger, Simon, der Haide. Alle am Start. 8.000. Das ist schon mal, das sind 1.000 Punkte Unterschied, die der Kollege bis jetzt auf mich hat. Ja, und bei den Favoriten sehen wir, bei den Favoriten könnt ihr übrigens auch eure Kumpels Berühmtheiten, wie unter anderem ja hier Thomas Müller, haben wir auch einen blauen Haken gegeben, dass ihr dann auch Ja findet, tracken und euch anschauen, was die für Teams auf dem Platz zaubern. Letzte Woche Thomas Müller, 1874, seine Saison-Bestleistung. Nicht nur die Dortmunder besiegt, die Barca besiegt, nein, auch mich in der ersten Tojani-Challenge. Haben wir es genannt, bleibt letzte Woche. Hör mir auf, Thomas Müller, Respekt an dieser Stelle. Ja, und das ist er. Der 15. Spieltag sieht knifflig aus, außer sich der Kick-Base-Manager. Ist er auch knifflig? Ich finde ja, es ist wirklich, ich glaube, keine hohen Punktzahlen, wahrscheinlich kein perfekter Spieltag für die Championship. Aber wenn wir es jetzt trotzdem schaffen, 2.000 hinzulegen, Junge, 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 Respekt an dieser Stelle oder Mädel, 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 Respekt an dieser Stelle. Freitagabend. Köln gegen Augsburg. Und ich sage jetzt nicht so Mindhake, günstige Startelf-Spiele aufstellen oder sowas, wenn sie in der Startelf stehen. Nee, Mindhake ist, Kölner auf dem Platz zaubern. Augsburg, die letzten 13 Auswärtspartien, die die Augsburger gespielt haben, saisonübergreifend 13 mal sieglos. 10 Niederlagen, 3 Unentschieden, ungefährlich wie noch was in der Fremde. Und Köln, zwar nicht mit der Wand, die nun mal hinter den Kölnern steht im heimischen Stadion. Nein, aber trotzdem, das reicht aus für mich. Köln, für mich hier klarer Favorit. Und ich werde sicherlich mal ein Kölner in meinen Elfstaubern an diesem Wochenende. Dann haben wir ein Duell, was eigentlich Aufsteiger gegen Mittitelfavorit heißen sollte. Und uns Kick-Base-Managern grüne Balken in die komplette Startelf zaubern sollte. Ich bin nur ein bisschen vorsichtig. Bochum, zwei Spiele haben da gewonnen. Die haben gegen die Freiburger 2-1 gewonnen, die haben gegen Augsburg auswärts auf einmal. Bochum gewinnt auswärts. So, was ist jetzt los? Da muss man ja Sorgen haben als Manager, der viele Dortmunder aufstellt an diesem Wochenende. Deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig. Haaland ist generell zu heiß, werde ich aufstellen. Also der ist zu heiß, um ihn nicht aufzustellen, so war das gemeint. Aber sonst, Dortmunder relativ unattraktiv in diesem Duell, weil ich echt ein bisschen Schiss habe. Ich habe echt ein bisschen Schiss, dass das eventuell in die Hose gehen könnte. Weil die Dortmunder wirklich, gegen Besiktas war das zwar eine Glanzleistung, aber es war auch Besiktas. Und ich glaube wirklich, auch wenn die Bochum-Fans werden das wahrscheinlich mit sich an die Wand plakatieren. Ich glaube, Bochum ist momentan einfach die bessere Mannschaft als Besiktas Istanbul. Auch wenn wahrscheinlich viele Besiktas-Fans, wenn welche das Video gucken sollten, beleuchtet mich in den Kommentaren. Ich nehme das. Ich nehme das an. Ich sage aber trotzdem, Bochum wird gegen euch gewinnen momentan. Dann Hertha BSC gegen die DSC aus Bielefeld. Und bei Hertha würde ich gerne einen Spieler hervorheben. Jovicic Doppelpack gegen Stuttgart. Sicherlich der, wenn es rund geht, wahrscheinlich mit dem Suat Serdar, den ich auch für sehr interessant halte für diesen Spieltag. 9 Millionen sinkt im Manager-Modus. Aber da ich das in der Championship, das können wir vielleicht auch mal erwähnen, in der Championship, wenn quasi Montagabends 22.03.04, werden quasi die Marktwerte aktualisiert werden. Die Marktwerte für die komplette Woche eingefroren. Bedeutet, du kannst Montagabend, Dienstag, Donnerstag, Freitag, wann auch immer du willst, deinen Startelf abgeben und der Marktwert, die 52 Millionen, die dir zur Verfügung stehen, sind fix. Deine Startelf kann quasi Dienstag gestellt werden und Freitag das Auto gewinnen im Grunde genommen. Ich gehe aber auch mal zu den Bielefeldern rüber, denn die Defensive der Bielefelder halte ich auch für sehr interessant. Hertha BSC hat gegen die Bielefelder einen Schnitt pro Spiel, Tore pro Spiel von genau einem. Gegen kein anderes Team der Bundesliga gibt es einen niedrigeren Schnitt als gegen die Bielefelder. Das denkt man, normal ist sowas bei den Bayern, bei den Dortmundern als Gegner. Nee, für die Hertha ist es Bielefeld. So ein Wettschein auf 0-0, 1-0 Hertha, 0-1 Bielefeld, das muss es eigentlich sein am Wochenende. Ich will hier keinen zur Wetten zwingen, aber ich sage nur, wenn ihr auf Kickbase setzt, ein Ortega interessant, ein Schwolo interessant, Pieper, Nilsson, Boyata, das sind alles relevante Spieler bei der Offensive. Ich habe gesagt, eher wahrscheinlich auf der Herthana-Seite, Serdar Jovetic als vorne, ein Kloß, ein Lassme, der eventuell auch in der Startelf stehen könnte jetzt, ein Wimmer, Okugawa. Da würde ich mich in der Offensive eher an die Herthana halten. Und dann das Duell Raumschlotti oder Raumschlotterbeck, aber auch Freiburg-Hoffenheim. Und für mich ist es das Duell, was safe unentschieden ausgeht. Ich fühle es, ich weiß, dass das unentschieden ausgeht. Habe auch eine ganze Chance für sich für euch. Denn die TSG aus Hoffenheim spielte gegen kein anderes Team, seit dem Bundesliga-Aufstieg war es 2007, 2008, gegen kein anderes Team, öfters unentschieden als gegen SC Freiburg. Deswegen mit den Statistiken gehen heute mal komplett Emotionen außen vor bei All-Lights und Championship. Komplett statistisch getrieben, deswegen Freiburg-Hoffenheim unentschieden, aber nicht zu Null wäre meine Prognose. Heute geht es deep, Alter. Ich lehne mich schon sonst immer richtig aus dem Fenster, aber heute gibt es sogar Ergebnisse von mir noch. Hören wir auf, doch. Und dann kommen für mich die attraktiven Spiele. Leipzig gegen Gladbach. Formkurve bei beiden geht nach unten, aber Leipzig-Trainer-Effekt, Tedesco ist da. Ich bin gespannt auf das System, da werden wir auf jeden Fall morgen in der PK auch nochmal drüber quatschen. 17 Uhr auf Twitch, Link in den Shownotes. Schaut vorbei, Tiddy und ich diskutieren auch über die Startelf der anderen Vereine. Natürlich nicht nur Leipzig, aber primär morgen Leipzig, glaube ich, das Interessanteste, weil wir alle Fragezeichen haben. Spielt ein Forsberg, ein Sommelschlei, ein Silva, ein Kunko, sollte, glaube ich, kein Problem sein momentan, aber sicherlich interessante Startelf-Fragen. Und eine andere Partie, Bayern-Mainz. Ich glaube, Leipzig als auch die Bayern, klarer Favorit in diesem Duell. Gladbach kann ich mir nicht vorstellen, dass jetzt auch eine 0-6 auf einmal da die Leistungsexplosion kommt. Und bei den Mainz halt auch, wenn sie schon ein oder andere Mal die Bayern geärgert haben, ich glaube, die Bayern momentan einfach zu gut, obwohl Mainz selbstverständlich normalerweise, so einer ist denn auf einmal aus und nicht 2-1 gewinnt in München, aber nicht an diesem Wochenende. Und bei den Bayern würde ich gerne Tolisso nochmal reinwerfen. Sicherlich ist es relevanter denn je Kimmich dieses Jahr kein Spiel mehr. Ich hoffe, die News hat alle Kimmich-Besitzer inzwischen erreicht. Tolisso. Und wenn ich mir das Ganze anschaue, hat gegen BVB sollen grünen Balken gepackt. Und im Heilspiel gegen Bielefeld. Ich erwarte eventuell ein ähnliches Spiel auch gegen die Mainzer. Viele Ballbesitzanteile bei den Bayern. Und Tolisso sicherlich einer, der für 11,2 Millionen eventuell auch mal in deine Elf da draußen eingestellt werden könnte. Dann das Topspiel, Tipico-Topspiel, Wolfsburg gegen Stuttgart. Weiß nicht, warum das Tipico-Topspiel ist. Für mich kein Top-Spiel an diesem Wochenende. Ich kann es auch null einschätzen, wie das ausgeht. Wolfsburg krank vorm Schwach und Stuttgart so langsam auf den Aufsteigenden Ass. Aber auch hier noch ein interessanter Fakt dazu. Normalerweise sagt mein Bauchgefühl, mein Bauchgefühl sagt mir Stuttgart. Aber Wolfsburg ist seit 13 Spielen, seit 13 Heimspielen, die es gegen VfB Stuttgart gab. Ungeschlagen. Elf Siege, zwei Unentschieden nur. Deswegen heute Statistik betrieben, keine Stuttgarter, Wolfsburger werden aufgestellt. Dann am Sonntag 15.30 Uhr gegen Fürth aufstellen. Für uns, wahrscheinlich schon für uns Kick-Best-Manager, Alltag geworden. Und auch ich werde es wieder tun und Jona aufstellen. Und dann gibt es am Sonntagabend das Tor-Festival des Wochenendes. Eintracht Frankfurt hat seit dem Bundesliga-Aufstieg, heute krankes Sets am Start auf jeden Fall, seit dem Bundesliga-Aufstieg von Bayer Leverkusen 1979 gegen kein anderes Team aus der Bundesliga so viele Tore geschossen. In 20 Heimspielen, 65 Buden der Frankfurter und Leverkusen in 20 Gastspielen 19 Mal mit einem Tor an diesem Wochenende. Ey, krank, krank. Gib mir eine HÜ an diesem Wochenende. Ich schreibe euch alles runter, Alter. Ich schreibe euch alles runter. Ich schreibe euch alle Ergebnisse von vorher, ich schreibe euch heute statistisch auf. Wenn es fehlt, wenn ich komplett daneben liege, gibt es nie wieder einen Statistik-Background in All-Lights in den Champions, sondern pure Emotionen. So, dann wird Tiddy angerufen. Dann setze ich Tiddy hier hin, weil Tiddy ist einer, der aus dem Bauch entscheidet. Achso, ich wollte noch sagen, wen man aufstellen soll. Offensive pur. Offensive pur. Bei den Frankfurtern, Borre, punkten mir zu schlecht ohne Torbeteiligung. Ein Kamada finde ich interessant. Lindscher muss man schauen, ob er fit wird. Bei Leverkusen volle Kapelle. Adli, Wirtz, wen gibt es noch? Schick, wen habe ich vergessen von den drei? Diaby, der vierte im Bunde. Von den drei, von den vier. Volle Kapelle, Offensive. Es wird ein Torfestival, Freunde. Es wird ein Torfestival am Sonntagabend. So, und was mache ich mit meinen 250 Millionen? Ich stelle mir erstmal einen günstigen Stammkeeper rein. Wie ich es eigentlich immer mache. Ich habe mich, ich schwanke oder ich habe geschwankt zwischen Schwole und Schwebe. Haben mich aber für Schwebe entschieden, auch aufgrund der Augsburger. Augsburg ist der Gegner. Ich habe es vorhin schon gesagt. Ungefährlich in der Fremde. Deswegen erhoffe ich mir hier wahrscheinlich wenig Torsches und gerne laufen zu Null. Heute wird 4-2-4 aufgestellt, weil ich die Offensive will. Ich will die Offensive Dortmund. Also Offensive, ich kann es ja schon mal aufstellen. Ich will Haarland, ich will Kruse. Ja, gucken wir uns an. Ich will Diaby und ich will Schick, Freunde. Kein Leva. Das Safe wird Leva-Doppelpack machen, wenn ich es nicht aufstelle. Safe. Aber hier schon mal auf 57 Millionen auf das Mittelfeld. Und Thomas Müller, stell dir mal hin, Freunde. 6,4 Millionen. Eigentlich wollte ich einen Duda vielleicht noch rein zaubern. Schauen wir uns für 6,4 Millionen. Gamble des Jahrtausends. Lacroix, Renato Steffen und Ottavio. Also es ist komplett zahlenbasiert heute. Also Schwebe, der günstige Goalie. Lacroix, Ottavio, Steffen. Kompletter Gamble, weil Bauchgefühl sagt Stuttgart. Aber statistisch gesehen wird Wolfsburg gewinnen. Deswegen drei Wolfsburger. Lacroix, ich würde es dem so gönnen. Allen Managern würde ich es krank gönnen. Aber auch ihm so ein Pechvogel. Pavard, Müller, meine zwei Bayern. Weil ich ja weiterhin glaube, auch wenn Leva eigentlich geiler gewesen wäre. Aber man nun mal nicht fünf Stimme aufstellen kann. Pavard, Müller, meine zwei Bayern. Boyata, weil auch da, ich habe es vorhin gesagt, Defensive, Bielefeld, Defensive. Berlin, mein Gamble war Nilsson oder Boyata. Kick-Base-Legenden sagen eher mal Deryk Boyata an dieser Stelle. Habe ich seinen Namen falsch ausgesprochen? Safe habe ich seinen Namen falsch ausgesprochen. Ich bin so einer, der Namen falsch ausspricht auch. Dedrick. Boyata halt, Freunde. Mittelfeld, Steffen, Thomas Müller und vorne komplette Offensive. Mein MVP-Tipp, Kruse, Haaland, weil RIP an, wer wird ein IV spielen bei Bochum? Ist Leitsch wieder back? Ey, wenn Leitsch back ist, Alter, welcome back to the Bundesliga. Erling Haaland wartet auf dich. Diaby, schick vorne drin. Der Sonntagabend wird ein Torfest zum Vorhören. Ich habe es schon gesagt vorhin. An dieser Stelle, das ist meine Elf für die Championship. Aber das war nicht alles. Denn es gibt auch eine Elf. Deswegen, es war relativ fix jetzt. Ich habe relativ viel Gas gegeben. Es gibt auch eine Elf in der Raum vs. Schlotty Challenge. Und welches Team ich beigetreten bin und wie meine Elf auch seht, seht ihr jetzt. David Raum vs. Nico Schlotterbeck. Und ihr seht es hier schon, Spoiler Alert. Ich muss mich entscheiden, auch wenn ich mich eigentlich nicht entscheiden wollte. Zwei super sympathische Kerle. Ich habe sie gestern im Stammtisch gehabt. Haben richtig geil getalkt, auch zuhören. Die verstehen sich richtig gut. David Raum hat gesagt, das ist eine Hassliebe. Die supporten sich so sehr. Aber morgen die 90 Minuten oder übermorgen die 90 Minuten auf dem Platz, da wird richtig geackert. Der wird richtig sich auch beackert. Leider nicht gegenseitig, weil sie andere Gegenspieler haben. Aber Freiburg hoffen, da werden wir sicherlich nichts schenken. Ich bin in den Team Raum gegangen. Nicht, weil ich eine Präferenz habe für einen Profi. So ein bisschen der Papa, ne? Wenn man zwei Kinder hat, sagt man ja auch nicht, ich habe den lieber oder den anderen. Ne, er hat beide gern. Aber man muss sich hier entscheiden an dieser Stelle. Und meine Truppe gibt es jetzt. Ich soll einfach nach rechts, das ist mein Team. Ich stelle beide auf, weil ich hier einfach auch neutral bleiben will. Frimpong, weil ich glaube, Torbeteiligung. Alter, wenn ich sehe, Tidi hat mir das heute erzählt. Wie Frimpong mit Diaby, Wirts und Adli chillt. Wie viel Spaß die haben, wenn man Social-Media-Kanäle von Bayer Leverkusen verfolgt. Ich glaube, Wirts legt Frimpong einen auf. Ich will so einen Doppelpass wieder sehen gegen Mainz, aber diesmal andersrum für Frimpong. Kalidzuri habe ich reingepackt, weil ich mir selbst nicht traue mit meiner Hertha-Prognose. Hier ist das Backup. In der Championship habe ich die Herthana. Hier ein Augsburger. Und auch, weil ich meinen Wolfsburger nicht traue an dieser Stelle. Weil, also hier traue ich meinen Wolfsburgern. Hier aber nicht. Mamouche. Der Rohpunkter im Sturm. Der neue Rohpunkter. Leider war der Afrika Cup im Januar. Sonst hätte ich da auch noch ordentlich Radau für die Manager-Ligen gemacht. Und das, meine Freunde, habe ich gerade bekommen. Während der Aufzeichnung von All Eyes on Championship wurde mein Angebot für David Raum abgelehnt. Richtig bitter. 22 Mio. Kaum übertreiben, Junge. Ich hätte schon was Böses fast geschrieben. Gutes Kommentar. Immer nett bleiben in euren Liegen. Macht's gut, Leute.